Hallo meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeitag! Willkommen zurück zu One Piece World Seeker! Wir haben ja gesagt, wir werden heute diesen Funkturm besetzen. Und da gehen wir auch ohne lange zu schnacken hin. Ich sehe gerade, der ist ziemlich weit weg. Dann können wir mal gucken, ob wir auf dem Weg dorthin noch ein paar Materialien finden. So, wir müssen ja mal gucken, wo müssen wir denn lang. Können wir einfach über den Berg rüber und gucken, ob Karu kommt. Ja, perfekt, heute beim ersten Mal. So, na dann springen wir mal hier hoch. Ah, komm. Ich hoffe, das nimmt uns ein bisschen mehr Weg weg, wenn wir hier einfach querbeet durchlaufen. Oh, da ist Marine. Okay, weg mit euch. Ihr seht mich eh nicht. Komm, weiter Karu! Du schaffst das! Komm schon! Komm schon! Hoch! Ich will von ganz oben einfach geradeaus runterfliegen dann. Genau, perfekt. Na gut, ganz oben sind wir jetzt nicht, aber egal. Das reicht auch. Der hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott, da hinten müssen wir hin. Okay. Das große da auch schon der Funkturm? Oder das Ge... Nee, das... Hm. Werden wir ja gleich sehen, was davon der Funkturm ist. Uh, hier sind überall Schätze. Komm, den nehmen wir noch mit. Der ist ja gleich unter uns. Nein! Nein, nein, nein. Komm schon, hoch, Karu. Genau, einmal kurz weg mit dir. Da unten ist Kuma. Oh, der sieht uns hier oben nicht. So, Karu, komm. Na, komm schon. Oh nein. Jetzt. Okay, oh Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt muss ich erst mal runterspringen. Das sieht knapp aus. Ich glaube, wir müssen hier inzwischen einen Stopp machen und dann durchlaufen. Ich glaube, übers Wasser schaffen wir es nicht mehr. Wir fliegen einfach mal so lange, wie es geht. Vielleicht haben wir Glück. Könnte ganz, ganz knapp werden. Ah, nein, nein, nein. Wir gehen jetzt nicht runter. Ist der Friedhof hier unten? Ja, cool. Oh, verdammt. Vorm Weg habe ich gekommen. Okay, so knapp scheint es doch nicht zu werden. Na gut. Sah von weiter weg schlimmer aus, als es anscheinend ist. Und dann können wir über die Häuserdächer rüberspringen. Ah, kommen wir da noch? Ja, da oben kommen wir nicht rauf. Aber wir können hochspringen. Das sind wir. Das können wir ja sehr gut. Jo. Weiter geht's. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht von irgendwem abgeschossen werde, der hier oben auf den Dächern Patrouille steht. Aber es sieht gut aus. Das Koi Panda. Na, genau das meinte ich nämlich. Gut, der verliert mich aber bestimmt gleich wieder. So, wir sind auch schon gleich da. Einfach immer weiter. So. Da sind wir schon. Nein, wir sind jetzt beim Funkturm. Und was machen wir jetzt? Die Funkanlage befindet sich hinter dem Monitor dort. Wenn wir sie einnehmen, können wir eine Durchsage machen. Ich glaube, wir sollten auch den Generator im Keller sichern, damit uns niemand den Strom abstellen kann. Das ist eine kluge Idee. Gut, dann teilen wir uns in zwei Teams auf. Franky, Brook und ich werden den Generator sichern. Kein Problem. Diese Roboter werden gleich sehen, was für ein harter Knochen ich bin. Zorro, Shopper und Robin stehen draußen wache, damit die Marine keine Verstärkung hineinschicken kann. Alles klar, ich lasse keinen hinein. Ich auch nicht. Passt auf, dass ihr den Funkturm nicht aus Versehen zerstört. Ja, das versuchen wir. Blisop wird die Geräte im ersten Stock des Funkturms vorbereiten und Sanji wird Jans Leibwächter sein. Oh, da freut er sich doch. Das weiß ich wirklich zu schätzen, ihr beide. Keine Sorge, Süße Can, ich werde dich beschützen. Ich werde die Sendeanlage im Handumdrehen zum Laufen bringen. Und du machst, was du am besten kannst, Ruffy. Geh vor und kümmere dich um die Matrosen im ersten Stock des Funkturms. Aber hallo. Das machen wir doch. Wenn irgendetwas passiert, ruf mich über die Teleschnecke an. Also, legen wir los, Ruffy. Alles klar, Leute. Los geht's. So, auf geht's. Ist doch der Funkturm hier. Das hatte ich auch von weitem gemeint. Oh nein. Na gut, wir müssen den ja eh besiegen. Dann gehen wir doch mal. Haben wir schon umgeschalten? Ja, haben wir zum Glück. Oh mein Gott. Kuma. Klingt das überhaupt was gegen den? Ja, so ein bisschen. Oh nein. Die haben Verstärkung. Nur auf Verstärkung gerufen. Egal, wir müssen uns erstmal hier um Kuma kümmern. Ich glaube, der ist am gefährlichsten. Komm nur nicht so richtig an den Kopf ran, weil der so groß ist. Okay, der ist besiegt. Ich hoffe, der kann nicht mehr aufstehen. Ja, geht mal weg. Okay. Nein, das war das Falsche. Falscher Knopf. Okay, die sind besiegt. Hier ist jetzt noch irgendwo jemand. Ach, da oben. Na gut. Ähm. Okay, wir müssen ihn trotzdem besiegen. Dann müssen wir da mal hoch. Komm hoch. Kommst du? Oh mein Gott. Wie kommen wir da hoch? Ähm. Ähm. Ja. Oh, so. Gut. Okay, kümmern wir uns um die Matrosen im ersten Geschoss. So, also die hier. Ähm. Wir müssen da rüber. Da ist was blau. Da sind Matrosen. Lasst euch alle Zeit der Welt, Franky. Wir haben hier ein bisschen Spaß gleich. So, da drüben ist noch was. So, dann gehen wir hier mal zu den Matrosen. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht hier schnell besiegen könnten. So, weg mit euch. Ja, genau. Der kann gleich hinterher. Die hinter uns kommen. So. Kann wir hier. Nee, da können wir nicht durchschießen. Okay. Komm, weg mit dir. Gut. Und du? Wie komme ich zu dir? Ah, muss ich doch rüberspringen. Okay. Waren das jetzt schon alle? Nee, Leute, nee. Da. Doch, anscheinend. Okay, das waren alle. Sind wir bereit für die Durchsage? Anscheinend. Mehr sind hier nicht. Mann, ist das langweilig. Sind ja nicht gut besetzt. Hier sind aber ganz viele Sachen noch zum Holen. Na gut, egal. Gehen wir erstmal hier zu Lysop. Lysop, können wir mit der Durchsage loslegen. Wartet kurz, dieser Draht muss... Hm, das ist komisch. Stimmt etwas nicht? Der Schalter für die oberen Lautsprecher fehlt. Ohne sie wären die Leute in entfernten Gebieten der Insel Can nicht hören können. Vielleicht befindet sich der Schalter selbst auch im oberen Stockwerk. Es gab solche Geräte doch auch im Stockwerk über den riesigen Flügeln. Erinnerst du dich, Raffi? Sie sind dir vorhin aufgefallen. Raffi, geh und sieh dir das mal an. Das obere Stockwerk. Verstanden. Verstanden. Okay. Wie gut, dass wir hier noch nicht fertig sind. So. Ah, die nehmen wir noch mit die Kiste, wenn wir sie treffen. Wie kommen wir da hoch? Nehmen wir doch am besten die Treppe. Oh, da machen wir es so. Noch einfacher. Ah, Quatsch. So viel Marine wird hier schon nicht sein. Ich stand genau neben dem. Den ist gar nicht aufgefallen so richtig. Da sieht man mal, wie aufmerksam die Marine immer ist, ne, Leute? So, geh mal weg. Ah, der war nicht ganz... Der war nicht ganz... Wammt. Okay, wo sind noch mehr? Wo sind die anderen? Über uns? Dann ruhig mal runtergerannt. Kommt her, Leute. Kommt, kommt. Dann haben wir wenigstens noch Zeit, hier die Sachen mitzunehmen. So, dann gehen wir hier mal hoch. Können wir da jetzt hochkommen? Komm. Da drüben eine Kiste. Ne, da sind nur die Holzteile. Okay. So, ich komme schon. Der ist besiegt. Ja, kommt her. Na, komm. Warum trifft der nicht, wenn die auf dem Boden liegen? Normalerweise kann man immer nachtreten. Also. Ne? Wenn man auf dem Boden liegt im echten Leben, wartet der andere auch nicht. Wird nachtreten, bis du wieder aufgestanden bist. Die ganzen feinen Hühner. Oh, da kommt noch jemand. Ähm, dritte Schmau. Oh, Ruffy. Na, komm schon. Der ist weg. Und jetzt muss ich noch da hoch. Komm, weg mit dir. Okay, war das jetzt alles? Scheinbar. Ne? Irgendwo war noch jemand? Ich habe doch gerade hier das Aufploppen gehört, wenn jemand dich sieht. Oder uns sieht. Hm. Na, egal. Wir gehen einfach noch höher. Die kommen bestimmt hier oben gleich wieder. Okay, Zorro hält unten zum Glück die Stellung. Da ist noch jemand. Jo, kommt mal her. Ah, immer noch nicht für sich. Jetzt einfach. So, die Kisten nehmen wir noch. Irgendwo sollen hier noch welche sein. Sind wir noch über uns. Ups, da kommen wir nicht durch. Na gut, da müssen wir noch höher, Leute. Wir reinigen hier alles richtig gründlich. Ja, da kommen sie nämlich. Und wir sind jetzt ganz oben, ne? Na komm, weg mit dir. Aus dem Weg. Dankeschön. Das nehmen wir auch noch mit. Na komm, alle drei. Genau. So, wo sind die? Wo sind die denn? Hä? Da oben. Ähm. Na komm, hoch Ruffy. Der ist besiegt. Ähm. Da oben müssen wir hin. Nein, 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 nein. Du lässt mich hier schön rauf. Also, wirklich. So, wo sind die nächsten? Oh, hier ist ein Turm. Ja. Komm. Nimm mal mit. Der trifft uns ja eh gerade nicht. Oh, jetzt trifft er uns. Warum können wir nicht da... So. Waren das jetzt alle? Jetzt waren es bestimmt alle. Ähm. Hier oben. Da unten. Ich muss mich noch hören. Ähm. Welchen Lautsprecher meint die denn? Ähm. Ja. Ich muss mich noch hören. Können wir hier mit hochfahren? Nee. Wie hoch müssen wir denn? Hm. Wir gehen mal hier auf die Flügel rauf. Der Generator ist gesichert. Wir gehen hier einfach mal noch höher. Oh, hier sind noch mehr. Vielleicht um die hier. Äh, hier um diese Schaltung. Das ist auch eine Teleschnecke. Oh, cool. Dürfen sich aber nicht noch mehr Verstärkung rufen. So. Dann nehmen wir uns hier noch die Schatzkäste. Komm, das war so ordentliches drin. Super. So, sollen wir uns das jetzt angucken? Ja. Ist das der Schalter für die Lautsprecher? Die oberen Lautsprecher sind eingeschaltet. Gut gemacht, Ruffy. Perfektes Timing. Hier Energieversorgungsteam. Bei uns ist alles klar. Hier Verteidigungsteam. Bei uns ist alles klar. Jetzt kann niemand mehr ihre Durchsage aufhalten. Ruffy, beginnen wir mit der Durchsage. Verstand. Bin gleich zurück. So, jetzt müssen wir wieder nach unten. Okay. Aber ich würde noch mal gern gucken, ob wir hier oben irgendwas noch übersehen haben, was wir mitnehmen können. Einmal ganz nach oben. Oder fast nach oben. So weit, wie wir kommen. Können wir hier rein? Nein. Können wir da noch höher? Cool. Komm richtig schön hoch, Ruffy. Kommen wir da noch hoch? Wir probieren es erstmal hier mit. Oh, hier ist was. Cool. Da oben ist bestimmt auch noch was, oder? Nein. Oh doch. Moment, was ist das? Großes Juwel. Okay, da hoch kommen wir aber nicht. Schade. Naja, egal. Dann gehen wir jetzt wieder runter zu den anderen. Dann können wir hier runter springen. Können wir hier runter springen. Können wir noch weiter? Glaub schon. Sind wir jetzt angekommen? Nee, immer noch nicht. Noch weiter runter. Ich bin jetzt aber ganz schön weit hoch gelaufen. So. Wo sind die jetzt? Immer noch eins runter. Hier jetzt? Nein. Also, noch weiter runter. Ich könnte mich auch einfach an den blauen Pfeil orientieren, sehe ich gerade. Gut. Na dann, Jan. Starte deine Durchsage. Der Moment ist endlich gekommen, Raffi. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Niemand wird während der Übertragung in deine Nähe kommen. Wir können die Übertragung jederzeit beginnen, wann immer du bereit bist. Los, Jan. Mach allen ordentlich Dampf. Das werde ich. Das werde ich. Das war's für heute. Das war eine herzergreifende Rede. Ich hoffe, sie hat jetzt wirklich alle erreicht damit. Siehst du, es ist gar nicht so schwer zu sagen, was man fühlt. Das war wunderschön, Jan! Danke, ohne euch alle hätte ich das nicht geschafft. Und wenn jetzt bitte jeder auf dem Korunplatz auftauchen würde? Ei, ei, Sir! Oh oh, jetzt wird Isaac wütend. So, haben wir hier noch irgendwas? Also ich sehe auf der Karte, dass hier noch überall irgendwas sein soll. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Auf die Schnelle. Oh, da war noch eine Kiste. Ich will die Kiste haben. Platzkiste. Was wir auf den ersten Blick finden, nehmen wir natürlich mit. Nicht wahr, Leute? So, hier ist nichts mehr. Irgendwo noch eine goldene Kiste. Oder irgendwas Goldenes halt. Hier hoch nochmal. Ist das hier irgendwo? Irgendwo hier soll das sein. Was? Was machst du da, Ruffy? Komm schon. Okay, hier ist nichts. Vielleicht. Nur was Blaues. Aber hier soll irgendwo was Goldenes sein. Doch nochmal hier unten gucken. Komm mal hier durch, Ruffy. Ganz kurz. Ah, hier ist eine Kiste. Die Teile sind immer gut versteckt, die Teile. Cool. So. Dann gehen wir jetzt zum Grundplatz. Wo ist der denn? Ja, oder sind wieder alle versammelt? Ich hoffe nicht. Ich muss jetzt mit jedem wieder sprechen. So. Ähm. Ah, die sind hier. Lass mich durch. Bist du bereit, Ruffy? Sobald die Versammlung anfängt, wirst du dich eine Zeit lang mit niemandem über etwas anderes unterhalten können. Ist alles organisiert, was noch zu organisieren war? Ähm. Ja. Ich denke schon. Ja. Bist du auch bereit, Jan? Ja. Wirst du das schaffen, Wert des Fräulein? Vielleicht sollte ich dich begleiten. Lass sie in Ruhe, Sanji. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist die Dinge vom Platz aus im Auge zu behalten. Die Marinesoldaten verhalten sich verdächtig ruhig. Ich dachte eigentlich, sie würden uns verfolgen. Stimmt, ich wette, der Gefängnisleiter plant gerade Vergeltungsmaßnahmen. Das glaube ich auch. Ich danke euch allen. Durch euch habe ich den Mut gefunden, mich meinen Problemen zu stellen. Jetzt bin ich an der Reihe, 110% zu geben. Los geht's. Großartig. Zeig's ihnen. Kommt, gehen wir alle zum Platz. Oh, Sirenen alle miteinander wieder. Da kommt doch jetzt irgendwas. Irgendwas passiert jetzt. Was will er denn jetzt? Ich dachte, du wärst nicht so dumm, den Funkturm anzugreifen. Da lag ich wohl falsch. Was genau versuchst du hier zu erreichen? Die Insel zu verbessern. Verbessern also, hm? Ich dachte immer, dass irgendjemand anderes etwas tun würde. Ich dachte, irgendwann würde jemand kommen. Vielleicht einer der Inselbewohner oder du. Und die Insel wieder zu dem machen, was sie zu Mutters Lebzeiten einmal war. Aber ich habe erkannt, dass das nicht passieren wird. Wir können nicht warten, bis jemand kommt und uns hilft. Mir ist klar geworden, dass wir Inselbewohner uns gegenseitig helfen müssen. Ich werde dieser Insel nicht zu ihrem alten Glanz verhelfen. Ich werde sie noch besser machen, als sie zur Zeit meiner Mutter war. Isaac, was versuchst du zu erreichen? Was hast du auf dieser Insel vor? Ich werde sie noch machen. Niesam! Musst du wirklich fragen, was der Grund für all das hier ist? Es ist die Rache an der Weltregierung dafür, dass sie unsere Mutter getötet haben. Rache? An der Weltregierung? Aber Mutter ist von Piraten umgebracht worden, oder etwa nicht? Piraten, die von der Regierung angeheuert worden waren. Sie hielten uns alle vor zwölf Jahren als Geiseln gefangen. Alles nur, damit sie die Deinersteine in ihre dreckigen Hände bekommen. Nachdem sie unsere Mutter und damit die Anführerin der Insel beseitigt hatten, war es einfach für sie, die Kontrolle zu übernehmen. Aber... Aber die Pläne der Weltregierung finden hier ihr Ende. Ich habe alle Deinersteine der Insel gesammelt und im Himmelsgefängnis gelagert. All das nur für meinen Rachefeldzug. Du hast die Deinersteine in das Himmelsgefängnis gebracht? Was genau hast du denn vor? Du weißt, wie gefährlich sie sind. Damit könnte man alle auf dieser Insel auslöschen. Die Insel und die Leute? Hör schon auf. Du bist genau wie Mutter. Für dich sind sie Freunde und Familie. Sieh sie dir doch mal genau an. Faule Dummköpfe, die ausgetrickst wurden, um unter der Herrschaft einer Regierung zu leben, die in falsche Versprechungen von Reichtum macht. Dann sind da noch die Feiglinge, die bloß vorgeben, sich der Regierung zu widersetzen. Keiner von ihnen verdient es zu leben. Aber das ist nicht wahr. Die Inselbewohner versuchen sich zu ändern. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Selbst wenn das, was du sagst, wahr ist, es spielt keine Rolle mehr. Die Piraten, die ich hierher gelockt habe, waren nur ein Köder für die Marine, die mir im Weg steht. Die Inselbewohner, Piraten, die Marine. Die sind alle nur Schachfiguren in meinem Plan. Was hast du denn mit ihnen vor? Krieg. Ich werde alle auf diesem Platz versammeln und einen neuen Krieg beginnen. Es ist zu spät, um es noch zu verhindern. Nein. Das wird ganz sicher nicht passieren. Oh nein, die Roboter. Oha, da sind einfach nur Menschen drunter. Oh, was für ein Widerling. So, wer von denen ist jetzt Jan? Oh, scheiße. Nein, diese Bomben. Ich muss die einfach erstmal runterholen. Komm schon. Komm, Jan, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Du schaffst das. Mit ein bisschen mehr Willensstärke. Schaffst du dich da raus. Wo bist du? Okay. Och man, diese Roboter sind alle so nervig. Ach, komm schon. Nein, nein, nein. Weg von der Bombe. Weg von der Bombe. Ich hätte gerne die Marine zurück. Die sind einfacher als die Roboter. Neue Verstärkung? Was? Ähm. 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 Nein. Egal. Ich glaube, ich treffe jetzt niemanden, aber okay. Oh, der Erste ist besiegt. Es kommen aber wirklich immer mehr. Ich bin gleich tot. Komm schon. Warum soll ich die anderen retten? Ich will Jan retten. Oh, jetzt kommt mal her. Wo sind sie? Wo sind sie da? Komm schon. Ich muss uns so ein bisschen mal hier was besiegen. Ich treffe die überhaupt. Ja, so ein bisschen. Komm. Hier ist noch einer. Habe ich es geschafft? Oh, Gott sei Dank. Sie ist jetzt nicht tot, oder? Okay. Jan geht's gut. Sie ist nur bewusstlos. Aber wie konnte es so weit kommen? Jan war wirklich in Panik, als sie die Bühne betreten hat. Irgendwas muss da hinten vor sich gehen. Wer immer ihr das angetan hat, muss dort sein. Wahrscheinlich war es der Gefängnisleiter. Der Kerl. Chopper, pass auf Jan auf. Ich bin gleich zurück. Wo gehst du hin, Ruffy? Knöpfe mir den Roboter-Typ vor. Genau. Aber das werden wir in der nächsten Folge erst machen, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst mir doch gern mal einen Kommentar. Und auch gern ein Like für das Video da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, meine Lieben. Mua.